Berühren und berührt werden Tim, ein 10-jähriger Bub mit einer schweren Herzerkrankung, hat eine Woche bei uns am Sterntalerhof verbracht. Er hat uns wieder einmal gelehrt, was es bedeutet, im Hier und Jetzt zu leben. Der Wunsch seines Aufenthaltes war, mit Menschen über seine Sorgen zu reden. Er hat nach kürzester Zeit Vertrauen gefunden und seine Sorgen, Ängste und Befürchtungen mit uns geteilt. Bemerkenswert war die Weisheit, die er mit seinen 10 Jahren mitgebracht hat. Eine seiner Aussagen, ich finde, dass Erwachsene viel zu viel nachdenken. Wir erleben immer wieder die Gabe der Kinder, direkt auf gewisse Dinge zuzugehen. Ehrlichkeit und Direktheit leben, anstatt Worte zu suchen für Gedanken, die man nicht auszusprechen imstande ist. Danke, Tim, dass du uns gezeigt hast, wie kurz der Weg zu einem anderen Menschen sein kann. Schon Peter Kai, der Begründer des Sterntalerhofs, meinte einmal, dass man nur berühren kann, wenn man selbst berührt wird. Das zeigen uns die Menschen am Sterntalerhof immer wieder. Danke, Tim. Danke, Tim. Untertitelung. BR 2018